Ich bin wieder auf der Street mit Duolingo. Welche Sprache lernst du? Italienisch, immer noch. Könntest du sagen, ich möchte eine Pizza haben, bitte? Prendo una insalata mi sta per favore. Du fängst immer mit Prendo, dann lest dir einfach das ab, was auf der Karte steht und macht halt einen italienischen Akzent und dann sagt dir noch per favore als bitte. Je nachdem, wie hoch man diesen italienischen Ex entfährt, wird es dann immer mehr so ein Loki Racist auch. Wo man sich so lustig über die macht.